Soriano. Soriano gegen Königshofer. Aber was macht mit der? Das habe ich noch nie gesehen. Zweiter Rang. Zweiter Rang beim Elfmeter. Hast du das schon mal erneut? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Das ist der Fritschtonik. Das ist groß, groß. Wie kommt das? Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen.